Musik In der letzten Woche vor den Sommerferien wurde Frau Direktor Anzinger verabschiedet. Wir wünschen ihr im Ruhestand alles Gute, Glück und Gesundheit. Herr Höfer eröffnet mit dem Orchester die Feierlichkeit. Musik Herr Stefan Hölzel spricht die Laudatio. Musik Unter der Leitung von Ursula Kastner singt unser gemeinsamer Schülerchor. Musik Herr Regierungsrat Gusenleitner lobt ihre über 40-jährige Tätigkeit als Lehrerin und Leiterin und übergibt Dank und Anerkennung. Musik Herr Bürgermeister Hindenberger hebt ihre besonderen Dienste für Helfenberg hervor. Musik Auch Herr Falkner, Obmann des Elternvereins, spricht über ihre Verdienste als Leiterin. Musik Ebenfalls bedanken sich die Lehrerinnen und Lehrer bei Direktorin Anzinger für die gute Zusammenarbeit mit einem kleinen Geschenk. Musik Herr Huala bringt mit seiner Gitarrengruppe eine rockige Darbietung. Musik Abschließend blickt Direktorin Anzinger doch auch mit Wehmut auf ihre Dienstzeit zurück. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017